Dann sage ich jetzt nochmal einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Montagabend, 19 Uhr. Ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar der DZBank begrüßen. Mein Name ist Falko Block, ich bin Zertifikatspezialist bei der DZBank in Frankfurt und in Vertretung zu meinem Kollegen Markus Lander, der heute einen Tag Urlaub genießt, darf und möchte ich Sie durch das heutige Webinar begleiten. Ja, heute ist die zweite Woche der verschärften Quarantänemaßnahmen angebrochen und man muss sagen, obwohl sich in Deutschland noch keinerlei Besserung leider der Infektionszahlen zeigen, mehren sich doch viel nach die Stimmen derer, die eine Exit-Strategie fordern, beziehungsweise entsprechend eine Lockerung der Maßnahmen haben möchten oder zumindest einen Ausblick haben möchten, wann denn ganz genau mit einer teilweise oder ganzen Aufhebung dieser Maßnahmen begonnen werden kann. Die entsprechenden Zahlen zeigen noch keinerlei Besserung und scheinbar haben es auch noch immer nicht alle Leute, muss man sagen, begriffen. Jetzt am Wochenende, das zugegebenermaßen sehr schön war, gab es jetzt in den Parks, ich habe es hier in Frankfurt gesehen, aber auch in Berlin oder auch in anderen Städten gab es wohl durchaus auf den öffentlichen Plätzen, also sprich in der Stadt selbst keine Gruppenbildung, aber in den Parks sind die Leute doch vielfach zusammengekommen und leider eben nicht in den vielfach angegebenen Zweiergruppen. Also scheinbar haben noch leider nicht alle sehr wenige, aber leider doch noch nicht alle die ernste Lage wirklich erkannt, sodass im Endeffekt auch auf Absagebesicht von der Politik sicherlich hier kein Datum zu erwarten sein könnte, denn eventuell würden schon wieder einige Gruppen das Ganze vorwegnehmen und sagen, naja, wenn ich an dem und dem Datum wieder frei raus kann, dann kann ich das ja auch vielleicht schon ein paar Tage früher, in Anführungsstrichen, mich betrifft es ja nicht. Aber keine Frage, die Einschränkungen, die uns allen hier auferlegt wurden, sowohl privater Natur als auch für die gesamte Wirtschaft sind natürlich äußerst gravierend. So beziffert das Jux der Leiter des Instituts der Wirtschaftsforschung, Clemens Hüst, die wöchentlichen Kosten für einen Shutdown, so wie wir aktuell haben, da wo ungefähr die Hälfte der Wirtschaft, so hat er es ausformuliert, nicht arbeiten oder vollständig produzieren würde, auf rund 40 Milliarden Euro in der Woche und der Rat der Wirtschaftsweisen prognostizierte heute in einem Sondergutachten in einem mittleren Szenario einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von rund 5,5 Prozent. Ja, derweil versuchen immer mehr Unternehmen sich an die Situation anzupassen. Statt Parfond stellen beispielsweise die Produktionsstätten der Nobelmarke L-Form haben nun Desinfektionsmittel, ja. Und der Trikotagenhersteller Trigema, vielleicht erinnert sich noch, dass derjenige, der mit dem Affen immer geworben hat, ja, der darf sofort auch Mundschutz produzieren. Auch in Frankfurt gibt es hier Institutionen, die vorher Kleidung hergestellt haben und jetzt Mundschutz anbieten, natürlich sowohl für den privaten, aber auch für den institutionellen Bedarf. Also hoffentlich dann sprechen auch die Krankenhäuser, Altershype und so weiter damit ausstatten kann. Konzerne wie General Electric schichten ihre Belegschaft um, damit die Produktion von Beatmungsgeräten ausgeweitet werden kann und so weiter. Das ist vielleicht auch so ein positiver Effekt, notmacht erfinderisch, dass die Unternehmen entsprechend dann dort vielleicht auch produzieren, wo entsprechend Mangel ist. Einfacher haben es die Unternehmen, die hauptsächlich Büroarbeitsplätze haben und ihre Mitarbeiter ganz einfach in Anführungsstrichen ins Homeoffice schicken können. So arbeiten beispielsweise bei uns in der Z-Bank, mittlerweile 90 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus. Auch bei mir ist das so, weshalb ich das heutige Webinar hier vor meiner Wohnung aus Frankfurt halte. Ich habe vorhin schon gehört, die Verbindung ist nicht immer ganz optimal, falls es dann doch mal zu dem einen oder anderen Knacken in der Leitung kommt, bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Ich hoffe aber, es funktioniert. Ich würde jetzt aber auch mal interessieren, wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen aus? Sind Sie auch schon ins Homeoffice verbannt worden, wenn ich das so sagen darf? Und da wollen wir doch heute mal so eine kleine Kurzumfrage machen und die würde ich dann jetzt gleich mal online schalten und Sie dann fragen, sind Sie auch schon im Homeoffice? Wie sieht das bei Ihnen aus? Ich weiß, dass nicht jeder von Ihnen auch, ich sage mal, einem normalen Büro arbeitet, wenn ich das so formulieren darf. Deswegen ist das sicherlich vielleicht nicht eine Frage, die für jeden mit Ja oder Nein zu beantworten kann, aber es geht ja gegebenenfalls erstmal um eine gewisse Tendenzaussage, dass wir nun mal so einen kleinen Überblick haben und dann haben wir jetzt quasi schon 70 Prozent abgestimmt. Ein paar Sekunden würde ich die Umfrage noch offen lassen. Danke aber schon mal für die umfangreiche Beteiligung. Und dann würde ich sagen, schließen wir doch die Umfrage und schauen uns das Ergebnis mal kurz an. Ja und da würde ich sagen, was haben wir denn da? Knapp 60 Prozent oder gut 60 Prozent versus 36 Prozent. Also das ist glaube ich schon sehr umfassend. Ich hoffe, es hat bei Ihnen auch überall gut geklappt. Ja, nicht alle von uns hatten zum Beispiel einen Firmenlaptop. Ich selbst arbeite zum Beispiel hier mit Privatgeräten, aber das funktioniert auch wunderbar über den Zugang und ich hoffe, dass entsprechend vielleicht, ich sage mal, dass insofern einen positiven Effekt hat, dass man das vielfach verschmähte Homeoffice, dass nicht viele Unternehmen oder alle Unternehmen so positiv gegenübergestanden haben. Das entsprechend auch, wenn diese Krise hoffentlich bald beendet ist, dann auch eine positive Erinnerung behalten wollen. Ja, ebenfalls im Homeoffice, aber ich glaube, das sind Sie als Selbstständige schon seit jeher. Das sind unsere drei Referenten der Traininggruppe 2.0, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte und sage schon mal schön, dass ihr heute hoffentlich auch gesund oder haben wir es auch schon gehört, dass ihr gut aus dabei seid. Und dann sage ich Ingmar, René und Stefan, herzlich willkommen wieder. Ja, servus Falco. Hallo in die Runde. Einen wunderschönen guten Abend. Du hast es gerade schon gesagt, Falco. Für uns ist das nicht wirklich eine Ausnahmesituation momentan. Ich weiß, für viele ist es so, die jetzt nicht im Büro arbeiten können, sondern zu Hause sind, wie bei dir jetzt ja auch zum Beispiel der Fall ist. Für uns ist das tägliches Geschäft, von morgens bis abends eigentlich vom PC zu Hause zu sitzen und die Märkte zu obachten und zu traden und die Webinare zum Beispiel zu halten. Von daher für uns nicht ganz so eine große Umstellung, sagen wir es mal so. Gut, ist da auch mal schön zu hören. Dann gucken wir doch gleich auf unsere heutige Agenda. Heute machen wir wieder den großen Marktrundumschlag, kann man sagen. Märkte im Ausnahmezustand immer noch. Auf der anderen Seite die milliardenschwere Hilfs- und Rettungsprogramme, die die Börsen zuletzt kräftig beflügelt hatten. Wir hatten ja in den letzten Wochen sowohl rekordstarke Verluste als auch die stärksten Gewinne, die einige Indizes in den letzten 20 Jahren fabriziert haben. Da stellt sich dann vielleicht die Frage, ist jetzt gegebenenfalls schon eine gewisse Basis für einen Markteinstieg gegeben? Ist es möglich, jetzt schon wieder zu investieren? Die Anlageideen werden dann heute von der Traininggruppe auch noch mitgebracht. Die Trainingstrategien stellen die Kollegen dann nochmal selber vor. Ganz wichtig natürlich wieder Fragen, Fragen, Fragen Sie. Wir sind vier Leute, wir können Fragen beantworten, immer wenn wir sie zwischendurch was haben. Und es ist für die Öffentlichkeit insofern sinnvoll. Dann werden wir das hier gerne direkt mit reinnehmen. Dann nehmen die Referenten das als öffentliche Frage mit rein. Sind das so Einzelfragen, dann versuchen wir das dann entsprechend hier im Dialog kurz mit Ihnen zu besprechen. Aber ansonsten, bevor er frei, der Chat ist eröffnet, stellen Sie also gerne alle Fragen, die Sie entsprechend da haben möchten. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie wieder auf unsere rechtlichen Hinweise hinweisen. Die heißen entsprechend, das Webinar richtet sich ausschließlich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Und alle die diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken. Sie sind entsprechend keine Aufforderung zum Erwerb eines Wertpapiers gedacht. Sie sind keine Empfehlung und können auch eine Beratung nicht ersetzen. Hebelprodukte selbst beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts. Oder die mögliche Fälligkeit, also wertlose Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. Damit soll es das entsprechend jetzt von meiner Seite gewesen sein. Dann will ich auch gleich an unsere Referenten übergeben und fragen, wie sieht es aktuell aus an den Märkten? Sind eventuell schon Kaufkurse da und was könnt ihr uns dazu erzählen? Vielen Dank. Möchte einer übernehmen? Ich höre jetzt gerade nichts. Ja, René, bist du heute hier? Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Ja, heute machen wir ein bisschen Freestyle. So. Jetzt klar. Ja, okay. Wunderbar. Ich hoffe, alle sind fit und gesund. Das ist ja das Wichtigste in diesen Tagen. Wir würden normalerweise, wir haben ja eigentlich immer ein klassisches Prozedere, dass wir zum Beispiel Saisonalitäten abklären, COT-Daten. Also einfach auf Regelmäßigkeiten auch die Märkte untersuchen, indem wir zum Beispiel auf Saisonalitäten schauen. Und das ist natürlich im Moment ehrlich gesagt Quatsch. Eine Saisonalität ist ja eine Regelmäßigkeit, die sich aus einem natürlichen Zyklus ergibt, also aus einem natürlichen Konsumzyklus, aus einem natürlichen Angebots- oder Nachfragezyklus. Der ist ja im Moment definitiv nirgends vorhanden. Also wir können uns jetzt die Saisonalität anschauen für die Aktienmärkte, die wir jetzt als erstes thematisieren wollen und würden dann sehen, typischerweise steigt es in dieser Jahreszeit. Nur im Moment ist ja nichts typisch. Wir haben die ganzen Wirtschaften weltweit sind runtergefahren. Wir haben überall den Lockdown. Das heißt, wir können hier nicht mit Regelmäßigkeiten arbeiten, weil wir den absoluten Ausnahmezustand haben. Also wenn es jetzt steigen sollte, da werden wir gleich im nächsten Schritt drauf eingehen, wie die aktuelle Lage dann tatsächlich ausschaut, dann hat das nichts mit der Saisonalität zu tun. Das ist dann Quatsch, weil im Moment ist alles im Ausnahmezustand. Und ich befürchte, das wird auch noch eine Weile zumindest ansatzweise andauern. Wir haben extreme Bewegungen gesehen zuletzt in den Aktienmärkten. Dabei sind auch Aktien brutal abverkauft worden. Es gab die größten Eintagesverluste. Größer auch, Warren Buffett hat das auch mal vor kurzem gesagt, er musste 89 Jahre alt werden, um sowas zu erleben, was wir jetzt neulich auch hatten. Und was interessant ist dabei aber auch, das kann auch jeder mal nachprüfen gerne, es gibt in Bärenmärkten auch die größten Eintagesgewinne. Das heißt also, die größten Gegenreaktionen, die größten Aufwärtsbewegungen finden eben auch da statt, weil die Volatilität natürlich hoch ist. Und weil es natürlich auch immer wieder Aktionen gibt, seitens der Notenbanken, seitens der Regierung, die dem Ganzen entgegenwirken. Und das vielleicht so als Tipp oder als Hinweis, weil viele ja so die Philosophie vertreten, oh wenn es so stark schwankt, dann halte ich mich raus. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, klar sollte man draußen bleiben. Aber wenn es darum geht, wenn man von der Seite der Chancen, also wann sind die Chancen am größten, wann sind die Potenziale am größten, natürlich auch die Risiken am größten, das ist auch klar. Aber wenn man von dieser Perspektive aus das betrachtet, dann muss man ganz klar sagen, in diesen Situationen hat man auch die größten Chancen. Aber die erkauft man sich natürlich auch, indem man entsprechende Risiken eingeht. Und was wir zuletzt gesehen haben, ist, dass die Aktien zwischenzeitlich brutalst abverkauft wurden und dass der ganze Markt in Anleihen geflohen ist, obwohl Anleihen schon vergleichsweise teuer sind. Die haben ein KGV, wenn man es umrechnet über die Gewinnrendite, sind wir beim KGV von 85, teilweise waren wir bei einem KGV von 135, je nach Laufzeit. Aber das interessiert in solchen Panikphasen niemanden. Und man sieht das hier, ich habe hier mal den Spread mit reingenommen, also die relative Differenz zwischen dem S&P und den US-Staatsanleihen, dem T-Bond. Und hier unten ist dieses Verhältnis, hier oben sehen wir die Charts, diese etwas gräuliche Linie, das ist der T-Bond. Und die dunkle Linie, die stark dunkle Linie ist der S&P 500. Und was wir hier sehen, ist, dass natürlich eine brutale Flucht in die Anleihen rein und aus den Aktien heraus stattgefunden hat. Und wenn man sich mal anschaut, in der Vergangenheit, wann gab es dieses extreme Auseinanderdriften, also immer wenn diese blaue Kurve hier unten nach oben gestiegen ist, dann bedeutet das, dass die Bonds, also die Anleihen, die Aktienmärkte brutal outperformed haben. Und wenn man sich da einfach mal nur orientiert an den seltenen Situationen, in denen das der Fall war, dann waren das grundsätzlich auf jeden Fall Situationen, bei denen man gut beraten war, in den Aktienmarkt reinzugehen. Das Schwierige ist dabei natürlich, das zu timen. Das wird man kaum hinbekommen. Man kann sich natürlich an historischen Crashes orientieren. Da gab es viele Crashes, die so ungefähr 25 bis 26 Prozent weit reichten. Das haben wir schon lange übertroffen. Dann gibt es einen Häufungspunkt so bei 35 Prozent und dann gibt es einen bei 50 Prozent. Aber auch der Vergleich hinkt, weil das waren meistens strukturelle Probleme, die dem zugrunde lagen und das waren vor allem lokale Probleme. Also es waren Bankenkrisen, Immobilienblasen, Techblasen. Aber jetzt haben wir das ja ein gesundheitliches Problem und es betrifft alle Sektoren, vielleicht von ein, zwei Sektoren ausgenommen. Aber es betrifft alle Sektoren und es betrifft sozusagen alle Wirtschaftsnationen und das ist noch nie da gewesen. Deshalb muss man auch da vorsichtig sein. Es ist besser, wenn man sich an der Historie orientiert, als wenn man gar nichts macht und einfach blind drauf loshandelt. Aber man sollte sich jetzt nicht zu sehr darauf einschießen, dass in der Vergangenheit es gut war, bei 50 Prozent Rückgang zu kaufen. Ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn es jetzt nochmal eine Welle geben sollte. Macht das aus meiner Sicht schon Sinn, sich da mal mit einer ersten Position reinzuwagen. Aber wir müssen halt einfach auch sehen, dass diese Situation noch nie da gewesen ist. Es gab aber auch noch nie so schnell ein Gegensteuern von Notenbanken und von Regierungen. Das muss man auch da positiv erwähnen. Da wurde also super schnell reagiert. Da werden auch Fehler passieren und klar ist nicht alles perfekt. Aber das muss man natürlich schon auch positiv mal dort erwähnen. Also nicht alles ist da jetzt nur schlecht. Wenn man sich also dieses Verhältnis anschaut zwischen Aktien und Anleihen, dann wären die Aktien grundsätzlich interessant. Gucken wir uns den Eftax Weekly Wohler Breakout an. Hier ist ein Filter, der nennt sich Wollwoll. Das ist ein Instrument, was mir den Marktzustand indiziert. Wenn der oben anschlägt an dieser roten Linie, auch das können wir in der Vergangenheit einfach uns anschauen. Wenn der unten anschlägt bei der grünen Linie, dann heißt es, der Markt ist lange Zeit sehr ruhig gewesen, ist träge gewesen, trat auf der Stelle, hat sich nicht nachhaltig in einem Trend bewegt. Und dann setzen typischerweise Trends ein. Das ist nicht immer sofort der Fall. Jetzt hat es auch ein paar Mal hin und her geschaukelt. Aber dann wird es eben umso dynamischer. Und wenn es oben anschlägt, und das hatten wir jetzt hier jüngst gehabt, dann hat das in der Vergangenheit immer das Ende eines Trends oder eines Crashs oder eines Bullenmarktes angezeigt. Das war hier zum Beispiel der Fall 2015, das Ende des Bullenmarktes hier, als diese Indikation kam, wir haben das im Moment auch. Wir hatten das im Jahr 2009, das Ende des Bärenmarktes, ging auch damit einher, da kam noch mal so ein kleiner Schwung nach. Aber grundsätzlich war das damals ein Niveau, auf dem man durchaus kaufen konnte. Hier kam noch mal so 15, 20 Prozent kam schon noch nach. Das ist natürlich viel, also wenn man jetzt reingeht und es fällt noch mal 20 Prozent, da wird man sich bedanken. Aber man muss das natürlich auch in Relation sehen zu dem, was dann passiert ist. Der Markt ist damals von, ja seiner Zeit war man so bei 4000 Punkten ungefähr, als diese Indikation kam, oder bei 3500 Punkten. Das ist dann raufgegangen, später bis auf 12.000. Also das muss man natürlich auch in Relation sehen. Auf jeden Fall, wenn man sich diese Indikation anschaut, dann spricht auf jeden Fall das dafür, dass man jetzt bei diesem jüngsten Absacker gut beraten war, dort erste Longversuche zu unternehmen. Hier war das auch so, dass man ziemlich das Ende dieses Trends und den Beginn einer Bodenbildung einer Open Care erwischt hat. Hier war es auch so und hier war es auch so. Heißt also, von dieser Wohler-Komponente, bei diesem brutalen Rutsch, spricht alles dafür, dass wir jetzt zumindest in eine Bodenbildungsphase übergehen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es noch mal nach unten kommen wird. Aber, dass man jetzt diese Rücksetzer, wenn sie noch mal kommen, zum Einstieg nutzen kann, das spricht zumindest dafür. Und schauen wir uns als letztes den SOP an. Da ist es so, dass wir hier den Forecast sehen, Intermarkets. Das basiert auf dem Bondmarkt. Wir haben es eben gerade schon gesagt. Aktien und Anleihen sind natürlich konkurrierende Assets. Wenn das eine sehr, sehr viel unrentabler wird, beziehungsweise wenn die Renditen bei dem einen Markt unattraktiver werden gegenüber dem anderen, dann sucht sich das Kapital natürlich irgendwann auf mittlere Sicht die attraktivere Verzinsung. Und wenn man das mal losgelöst davon betrachtet, muss man natürlich auch sehen, im Moment werden ja auch die Rohstoffe überwiegend sehr, sehr massiv abverkauft. Und das, was jetzt im Moment natürlich wird alles runterverkauft, das, was den Unternehmen vorausgesetzt sie überleben. Und davon wollen wir mal ausgehen. Die meisten werden überleben. Auch natürlich mit Unterstützung von Notenbanken und Staat. Aber da wird das natürlich auch positive Effekte haben. Weil man kann natürlich die Produktionskosten, die gehen jetzt deutlich runter. Wenn man sich anschaut, Rohöl, zum Beispiel die ganzen Airlines, die ganzen Transportunternehmen, die können natürlich jetzt Rohöl unfassbar günstig einkaufen. Benzin sehr, sehr günstig. Und auch diverse andere Produktionsmittel. Palladium ist zwischenzeitlich 40 Prozent gefallen oder 45 Prozent. Also Kupfer auch deutlich zurückgekommen. Das heißt also, so eine Situation wie jetzt bringt nicht nur Schlechtes, sondern bringt auch mittel- bis langfristig positive Effekte. Deshalb ist es auch nachvollziehbar. Der Forecast hier zeigt an, dass man tendenziell bei Rücksetzern Long handeln soll. Der zeichnet hier ein Szenario, nachdem man bis in den August hinein immer wieder bei Rücksetzern die Long-Seite suchen sollte. Auch wenn ich persönlich, wie gesagt, davon ausgehe, dass das jetzt noch nicht der finale Boden war, ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn man schon eine erste Position drin hat. Beziehungsweise wenn man aus Sicht der Intermarkets und auch aus Sicht der Volatilität bei Schwäche versucht, in den Markt reinzugehen. Das war es soweit für diese ersten Vorfilter und damit übergebe ich an den Stefan. Jawohl. Und ich beginne wie immer mit der langfristigen Betrachtung. In dem Fall heute mal zunächst mit dem S&P 500. Den hat René ja gerade eben schon besprochen. Und das hier ist ein Monatschart. Das bedeutet ein Balken. Hier ist ein Handelsmonat. Und da sehen wir, dass wir seit der Finanzkrise einen langfristigen Aufwärtstrendkanal ausgebildet hatten. Und aus dem sind wir jetzt zuletzt klar nach unten ausgebrochen. Und interessant eben auf dieser Monatsebene ist, dass wir in der Vergangenheit bei Übertreibungsphasen oder kurz vor Trendwänden, vor oberen Trendwänden, hatten wir relativ hohe Niveaus bei dem MACD auf Monatsbasis erreicht. Und danach ging es dann eben entsprechend immer mehr oder weniger steil nach unten. Und das Gleiche hatten wir eben im Prinzip schon seit 2018. Da hatten wir eine negative Divergenz. Das heißt, wir hatten fallende Hochpunkte im Indikator in Verbindung mit steigenden Hochpunkten im Index selbst. Da hatten wir schon das eine oder andere Mal im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt haben wir trotz des Einbruchs immer noch ein relativ hohes Niveau von dem Indikator. So dass auch ich davon ausgehe, dass wir den Boden bislang noch nicht gefunden haben, sondern dass wir da durchaus noch weiteres Potenzial nach unten haben werden. Aus fundamental lässt sich vielleicht auch damit erklären, dass die Folgen aus der Corona-Pandemie momentan noch nicht wirklich so klar abzuschätzen sind und dass daraus sich vielleicht dann noch ein weiterer Verkaufsimpuls ergibt, beziehungsweise die Folgen bislang noch nicht vollständig eingepreist sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Maßnahmenpakete, die von Politik und Notenbanken beschlossen worden sind. Da kam auch eine Frage rein zu dem Thema. Ich rechne damit, dass diese Maßnahmen sich dann mittelfristig durchaus bemerkbar machen. Bedeutet, wenn wir nochmal einen Rücksetzer sehen werden, dann dürfte es auch dann mittelfristig wieder nach oben gehen, durch das weiterhin sehr günstige oder sehr billige Geld, die Geldhähne sind weiterhin aufgedreht worden. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass dieses dann die Rallye am Aktienmarkt wieder entfacht und vielleicht das eine oder andere Unternehmen das günstige Geld dazu nutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Viele Anleger werden dann wieder drauf aufspringen auf den Zug. Und das hat auch den Hintergrund, dass es eben nicht wirklich viele Alternativen gibt, was die Rendite anbelangt. So, dass ich eben davon ausgehe, dass wir nach einem weiteren Rücksetzer dann aber auch wieder mittelfristig nach oben ansteigen können. Gehen wir bei dem S&P eine Ebene tiefer. Da sieht man ein bisschen mehr Details. Wir haben auf der einen Seite den großen Rücksetzer, den wir jetzt die letzten Wochen hatten. Und jetzt eben diese technische Gegenreaktion. Das hier ist die Wochenebene und wenn man da eben auf den MACD auf Wochenbasis schaut, da haben wir relativ, beziehungsweise weit im negativen Terrain, hatten wir da ein klassisches Kaufsignal. Und deswegen rechne ich damit, dass wir hier uns noch ein klein wenig erholen können, womöglich bis in die Region 2700. Und dass der Kurs dann zunächst irgendwo sich etwas auspendelt. Da muss man dann schauen, wenn wir unter die 2200 fallen, dann haben wir nochmal einen kleinen Verkaufsimpuls. Dann dürfte es nur etwas weiter nach unten gehen. Das entspricht dann auch dem Bild, was ich auf der Monatsebene bereits gezeigt habe. Da springe ich gerade nochmal zurück und dass man es nochmal besser erkennen kann, wenn wir da eben um die 2200 fallen. Und dann ergibt sich durchaus weiteres Korrekturpotenzial. Da sind wir irgendwo in der Region um 1800, so grob, die durchaus nochmal erreichbar sein können. Und wenn wir gerade die Monatsebene drin haben, da sieht man auch die großen Korrekturen, die wir die letzten Jahrzehnte hatten. Und da kam es eben immer wieder vor, wenn es nach unten ging, dass jetzt beispielsweise, wenn wir hier 2002 nehmen, dann gab es nochmal ein kleines Tief, das dann im Anschluss etwas tiefer war. Das gleiche hatten wir nach der Finanzkrise. Da war es etwas deutlicher. Da ist das letzte Tief dann auch nochmal unterschritten worden. Auch hier im Jahr 2015 hatten wir das. Da hatten wir ein Zwischentief. Das ist dann nochmal unterschritten worden. Es kommt relativ häufig vor, dass eben nach Korrekturen eine kleine oder eine technische Gegenreaktion nach oben erfolgt. Und dann im Anschluss eben nochmal sich die Korrektur weiter fortsetzt und dann das letzte Zwischentief nochmal unterschreitet. Und damit werden dann diejenigen Marktteilnehmer wieder sozusagen aus dem Markt gespült, die zu früh eingestiegen sind. Und wenn dann das letzte Zwischentief unterschritten ist, dann kommt auch extremer Pessimismus hoch, den ich momentan noch nicht erkennen kann. Also mir geht es so, dass mich sehr viele Leute fragen und sagen, wie sieht es denn aus? Kann ich jetzt schon einsteigen? Leute, die eigentlich nie was mit Aktien zu tun hatten und da ist mir einfach zu viel Hoffnung noch drin, zu viel Euphorie, dass eben der Markt wieder nach oben dreht. Und das ist für mich dann auch kein Umfeld für eine nachhaltige Trendwende nach oben, sondern auch hier gehe ich davon aus, dass wir eben nach der aktuellen technischen Gegenbewegung nach oben dann nochmal zurückkommen und voraussichtlich eben das letzte Zwischentief dann nochmal unterschreiten. Und dann muss man eben schauen, wie die Stimmungslage dann ist und wie die Indikatoren dann auch sind. Und dann könnte sich dann auch ein sehr schönes, attraktives Einstiegsniveau ergeben, mit dem man sich mittelfristig dann günstige Kurse sichern kann. Ohne hin ist es so, ich würde dann bei so einer Situation nicht alles auf einmal investieren, sondern ich würde dann den zu investierenden Betrag würde ich staffeln in drei, vier Tranchen, sodass ich immer wieder, auch wenn es noch ein bisschen runterkommt, dann nochmal zukaufen kann und mir deswegen dann auch ein interessantes, also in der Summe ein interessantes Einstiegsniveau sichern kann. Kann natürlich sein, dass ich da nicht dann mit allen drei oder vier Tranchen dann zum Zuge komme, aber ich werde auf jeden Fall in dem Markt drin sein, wenn es nach oben weiter geht und ich gehe kein großes Risiko damit ein, sondern ich verteile eben den Betrag auf mehrere Einstiege. Ich gucke dann nochmal weiter, was die US-Märkte angeht. Wir haben hier den Dow Jones, da haben wir im Prinzip das gleiche Bild wie beim S&P. Auch hier hatten wir eine negative Divergenz im Vorfeld, steigende Kurse im Indikator in Verbindung mit fallenden Kursen im MACD auf Monatsbasis. Und auch hier sind wir noch weit im positiven Bereich. Das bedeutet, wir könnten auch im Dow Jones noch weiter nach unten korrigieren. Und auch da richtet sich der Blick dann so grob auf das Hoch, was wir hier vor der Finanzkrise hatten. Da sind wir irgendwo im Bereich um 14.000 Punkten. Hört sich jetzt natürlich erstmal mächtig an, aber ich halte es durchaus für möglich, dass wir eine klare Übertreibung nach unten bekommen und man dann eben zu Schnäppchenkursen da einsteigen kann. Auch hier gehen wir zunächst in die Wochenebene rein. Da sieht man eben, dass wir jetzt an der Unterstützungszone um rund 18.000 Punkten nach oben gedreht haben. Und wenn dann diese Bewegung hier sich ausgependelt hat und wir das wirklich unterschreiten und dann haben wir eben diese Region um rund 14.000, die im Prinzip die nächste markante Unterstützungszone darstellt. Das gleiche habe ich, wenn ich den Nestec anschaue, hier zunächst mal auf Tagesbasis. Da haben wir eben auch die Erholung drin. Und wenn diese, also da haben wir bei 8.000 ungefähr eine Widerstandszone und wenn die hält und wir dann nach unten weggehen und das letzte Zwischentief nochmal unterschreiten und dann können wir durchaus bis zu dem Zwischentief von Ende 2018 bei rund 5.900, so Pi mal Daumen, nochmal zurückfallen. Und wie gesagt, da ist es eben wichtig, was macht die Stimmung, wenn Sie da dann überlesen, die Welt geht unter, der größte Aktiencrash aller Zeiten und bloß nicht kaufen. Und solche Headlines eben und dann ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt da, um eben einzusteigen. Momentan ist es eher so, dass man eben überall über die Frage stolpert, sind jetzt gute Einstiegsniveaus da. Also ist mir einfach das Umfeld alles noch zu positiv. Und zu guter Letzt gehe ich dann, was die Indizes angeht, auch nochmal kurz auf den DAX ein. Das hier ist eben auch die Monatsbasis und auch da hatten wir im Prinzip zunächst von 2015 bis 2018 schon mal eine negative Divergenz drin. Die hatten wir dann in 2018 auch korrigiert und dann hatten wir mit den leicht höheren Hochpunkten, die wir hier Anfang des Jahres hatten, im Vergleich eben zu Anfang 2018, eine erneut negative Divergenz drin. Und damit haben wir diesen etwas leichter ausgeprägten Aufwärtstrend mittlerweile unterschritten. Im Tief haben wir die 8000 gesehen. Da sind wir bei einem Kursbuchwertverhältnis in etwa bei 1,0. Also Buchwert nur zur Erläuterung, wer das nicht versteht. Das bedeutet, wie viel Substanz hat das Unternehmen ganz vereinfacht erklärt. Und wenn ich ein Kursbuchwertverhältnis habe von unter 1, dann könnte ich theoretisch über den Aktienmarkt das Unternehmen günstiger kaufen als das, was es eben an Substanz wert ist. Und wenn der Aktienkurs hier nochmal in Richtung 7000 fallen würde, dann bin ich beim Kursbuchwertverhältnis von ungefähr 0,8 momentan. Und dann hätte ich wirklich ein Schnäppchen Niveau. Da würde es sich auf jeden Fall dann anbieten einzusteigen. Und auch da wäre es dann eben so, wie ich schon beschrieben habe, das letzte Zwischentief würde dann nochmal unterschritten werden. Damit sollte die Stimmung dann auch ins Negative drehen. Und wenn ich mir das eben in der Vergangenheit anschaue und dann hatte ich das hier auf der einen Seite 2002, 2003, dann hatte ich das 2008, 2009 und auch hier nochmal 2011 wurde das letzte Zwischentief auch nochmal unterschritten. Im Prinzip habe ich das gleiche hier auch nochmal gehabt 2015, 2016. Also es ist in der Vergangenheit sehr oft vorgekommen, dass nach größeren Korrekturen dann das zunächst erfolgte Zwischentief dann nochmal unterschritten worden ist. Und dann ist plötzlich die Angst da gewesen, dass die Kurse dieses Mal vielleicht doch nicht so schnell nach oben drehen können. Und dann war die Gelegenheit immer günstig, da eine mittel- bis langfristige Long-Position aufzubauen. Und meiner Meinung nach haben wir jetzt eben genau das Gleiche. Es sind noch zu viele am Markt, die eben darauf warten, dass man schnell einsteigen kann. Die, wie gesagt, eigentlich mit dem Aktienmarkt die letzten Jahre gar nichts zu tun hatten. Und erst wenn da die Stimmung wieder etwas negativer ist und dann gehe ich davon aus, dass wir auch eine nachhaltige untere Trendwende sehen werden. Da haben wir jetzt den DAX nochmal auf Monatsbasis. Das sieht man nochmal sehr schön, das Hoch, was wir hier vor der Finanzkrise erreicht hatten bei rund 8200. Da sind wir jetzt auch erstmal nach oben weggedreht und ich gehe auch hier davon aus, dass wir zunächst mal ein kleines bisschen auspendeln und dann womöglich da das letzte Tief nochmal unterschreiten. Nun, wie gesagt, dann ist eben die Stimmung wichtig. Da kann jeder selbst darauf achten, wenn er einfach mal im Internet rumschaut oder in einen Zeitschriftenkiosk geht und sich da die Headlines mal anschaut. Und je negativer das sind, desto positiver ist sozusagen das aktuelle Niveau dann für einen Einstieg. Gut, gehen wir noch eine Ebene tiefer, beziehungsweise ich gehe gleich mal zwei Ebenen tiefer. Das ist der Stundenchart im DAX. Da sehen wir eben die Erholung, die wir jetzt zuletzt hatten. Jetzt haben wir die letzten Tage eine kleine Konsolidierung gehabt. Die können nach oben nochmal aufgelöst werden, sodass wir diese Kurslücke hier bis 11.500 durchaus nochmal schließen könnten. Und dann kann man vorstellen, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern wieder sehr bullisch ist. Und was für mich dann ein Anzeichen dafür wäre, dass wir dann eben entsprechend wieder nach unten abdrehen. Das ist nur so viel, dass es jeder ein bisschen nachvollziehen kann. Die Stimmung lässt sich von jedem selbst durchaus etwas messen. Da muss ich nur eben Börsenberichte anschauen, Börsenfernsehen, Magazine, Headlines. Wenn es sozusagen in der Bild-Zeitung drinsteht, dann wird es immer interessant. Und wenn da die Kurse wieder in den Himmel wachsen, dann sollte ich eben genau das Gegenteil tun von dem, was da beschrieben wird. Okay, soweit zu dem Jahr. Ganz kurz, jetzt kamen ich ein paar Fragen rein, ob es auch interessante Aktien momentan gibt, die du im Fokus hast. Und ich weiß, du hast dir im Vorfeld auch einige Aktien angeschaut. Gibt es da was, wo du sagst, okay, da würde sich ein Einstieg in Kürze anbieten, zum Beispiel bei einer Apple oder Emsen? Oder hältst du dich da momentan auch zurück? Genau, also es gibt durchaus Werte, die interessant werden. Also momentan ist es noch ein bisschen schwierig, weil wir ja die erste Stufe dieser technischen Gegenreaktion bereits hatten. Und wie schon erwähnt, gehe ich davon aus, dass wir noch ein bisschen zurückkommen. Ich würde es aber zunächst mal in Branchen aufteilen. Wir haben auf der einen Seite Online-Händler, wie, da blende ich da mal die Emerson ein, die interessant ist. Die sollte auch im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie profitieren. Es wird einfach mehr online gekauft und das ist eben das eine. Das andere ist die Alibaba, das ist sozusagen der asiatische Konkurrent von Emerson. Auch die ist interessant. Die sollte ebenfalls davon profitieren. Da kann ich mir vorstellen, dass auch diese aktuelle Erholung durchaus weiter anhält. Hier, wenn ich sie den Dollar nehmen würde, die Alibaba, wenn wir da über die 200 drüber gehen. Und dann habe ich ein weiteres Kaufsignal. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Erholung rasch weiter nach oben zeigt. Und bei einer Emerson ist es eben so, da kämpfen wir momentan knapp unter der 2000 mit dem Widerstandsniveau. Das wir hier haben, das so bis 2040 ungefähr reicht. Und wenn wir da drüber gehen würden und dann habe ich eben auch ein weiteres Kaufsignal drin. Und vom Bewertungsniveau her, von der technischen Seite, hätte ich durchaus noch weiteres Potenzial nach oben. Da wird es allerdings interessant, die Kurslücke, die hier gerissen wurde im Februar bis 2100 US-Dollar. Wenn die geschlossen wird und dann muss ich eben zeigen, ist noch weitere Kraft da oder zeigen sich Signale der Schwäche, dann geht es zunächst nochmal nach unten. Und wenn wir da wirklich mit einer großen Dynamik drüber gehen würden und dann kann ich mir eben vorstellen, dass der Weg nach oben erstmal weiter zeigt. Stichwort Online, da ist beispielsweise auch eine Netflix interessant als Streaming-Dienst oder aber eine Apple. Und eine Apple hatte ja in der Vergangenheit mehr und mehr das Gewicht eben auf Streaming-Dienste gelegt. Und insofern ist also Apple kein reiner, ja, also die verkaufen nicht nur iPads und iPhones, sondern die verdienen prächtig damit, dass man eben Filme kauft oder eben das Apple Music als Streaming-Dienst verwendet. Und deswegen ist auch eine Apple da sehr interessant. Da ist es eben so, es ist etwas schwierig zu definieren, wann da der ideale Zeitpunkt zum Einstieg da ist. Wenn der Gesamtmarkt noch etwas nach unten geht, kann ich mir vorstellen, dass die Apple auch nochmal etwas sich abschwächt. Allerdings ist es interessant, dass die ganzen Titel, die ich jetzt besprochen habe, deutlich weniger verloren haben als Branchen, die eben gänzlich uninteressant sind momentan. Da kann ich beispielsweise mal die Luftfahrtbranche anführen, wenn ich mir eine Lufthansa anschaue. Die ist extrem eingebrochen und es wird eben, das Alternativ geht genauso eine Ryanair oder eine Air France, da kann ich gleich mal drauf eingehen. Das Problem ist einfach, dass die ganzen Unternehmen die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter eingeschränkt haben durch eben die Corona-Pandemie. Und darunter hat die komplette Reisebranche zu leiden, ob es jetzt eine TUI ist oder die Luftfahrtbranche. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei der Lufthansa der Boden noch längst nicht gefunden ist. Wir haben hier auch wirklich keine idealen Signale momentan, sondern das sieht eben danach aus, als ob wir zumindest nochmal das Tief, was wir hier im Jahr 2003 hatten, irgendwo im Bereich um 7 Euro nochmal antesten können. Also das wäre jetzt ein Wert oder die Branche insgesamt, da würde ich sehr vorsichtig sein damit. Da ist momentan nichts dran, was ich als attraktiv bezeichnen würde. Das gleiche haben wir hier bei einer Air France und da muss ich gucken, dass die Technik mitmacht. Die hat mich jetzt gerade verlassen. Doch, da ist der Kurs. Und auch da ist es so, wir hatten hier das Tief von 2016-17. Da sind wir leicht runter, haben jetzt eine kleine Gegenreaktion nach oben, die aber längst nicht so kräftig ausgefallen ist wie bei anderen Werten oder anderen Branchen. Und auch da rechne ich damit, dass wir das Tief von 2012 hier nochmal erreichen werden. Denn das Problem ist also, die Reisetätigkeit wird so schnell nicht wieder aufleben. Die Maschinen werden am Boden bleiben und damit wird es eben auch schwierig, da Gewinne zu erwirtschaften. Die laufenden Kosten bleiben ja letztendlich. Und mit jedem Tag, wo eben kein Flieger stattet, werden Verluste geschrieben. Und das trifft, wie gesagt, die ganze Luftfahrtbranche an sich. Und bei einer Ryanair ist es beispielsweise auch so, die haben ja alle Flüge mittlerweile gestrichen. Und da rege ich davon aus, dass da nochmal ein ordentlicher Schub nach unten kommt. Ich glaube nicht, dass das schon alles eingepreist ist. Da würde ich auf der Long-Seite auf jeden Fall die Finger davon lassen, sondern vielleicht eher mich nach Gelegenheiten auf der Short-Seite umschauen. Stefan, ich würde mal kurz, weil gerade auch ein paar Fragen jetzt reinkamen und das mit der Luftfahrt, kann man auch gut aufgreifen, um zum Ölpreis zu kommen. Weil da gerade eben auch die Frage von einem Teilnehmer kam und der René ja eben schon gesagt hat, dass einige Rohstoffe deutlich unter Druck kamen. Dazu zählt natürlich auch WTI bzw. Brand. Der Rohölpreis ist natürlich massiv unter Druck gekommen. Und René, vielleicht dann erstmal an dich die Frage, wie du die Sache von den Vorfiltern siehst bei Rohöl, ob es da jetzt schon zu einer Bodenbildung kommen könnte. Und danach können wir dann wieder zum Stefan kommen, der das Ganze dann auch nochmal charttechnisch sich anschauen kann. Ja, bei Öl ist es so, da muss man natürlich im Moment auch sehen, da kommen ja gleich zwei Faktoren zusammen. Einmal, dass die Wirtschaft, die Weltwirtschaft runtergefahren ist. Also es wird natürlich logischerweise weniger nachgefragt oder wenig bis nichts nachgefragt von der Flugbranche, von den Airlines. Es wird von den Transportunternehmen weniger nachgefragt und es wird natürlich auch privat weniger gefahren. Das heißt also, das, was typischerweise hier die Nachfrage bringt in dieser Jahreszeit, ist im Moment fast nicht existent. Und das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor, der natürlich jetzt auch da neulich diesen Crash bestärkt hat, war oder ist nach wie vor, dieser Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Und man sollte dabei wissen, dass die Produktionskosten für Öl, die liegen bei 2,80 bis 3 Dollar. Also ich glaube 2,80 ist es in Russland und 3 Dollar in Saudi-Arabien oder umgekehrt. Also die liegen ungefähr bei 3 Dollar. Da kommen natürlich dann noch ein bisschen Steuern drauf, Transportkosten. Aber man kommt jetzt nicht auf so hohe Produktionskosten. Deshalb sollte man sich da nicht täuschen, was die Länge dieses Preiskrieges angeht. Das kann durchaus noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Und hier sehen wir mal die Historie der Produktionsmenge. Also das ist das, was Saudi-Arabien in der Vergangenheit gefördert hat. Und da sehen wir, dass wir schon ein ganzes Weilchen auf einem relativ hohen Niveau sind. Das ist so ungefähr das Niveau, was wir Ende der 70er, Anfang der 80er hatten. Damals ja auch die große Ölkrise. Das ist also ein vergleichsweise hohes Niveau. Jetzt gab es auch schon Statements von Donald Trump, der Saudi-Arabien dazu aufgefordert hat, die Fördermengen wieder zu kürzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die da vielleicht ihren eigenen Kopf haben. Und wenn man sich die COT-Daten anschaut, auch hier ist es so, Saisonalität kann man im Prinzip im Moment komplett vergessen. Weil wir haben ja eine völlige Anomalie, fundamental. Und Saisonalitäten haben ja immer fundamentale Hintergründe. Und das, was typischerweise diese Stärke im Ruhl in dieser Jahreszeit bringt, das ist ja jetzt komplett ausgehebelt. Von daher brauchen wir gar nicht auf den saisonalen Chart schauen, sondern der Markt entwickelt sich antisaisonal. Bleibt also einzig hier der COT-Report. Und normalerweise bei so einem brutalen Einbruch der Preise könnte man erwarten, dass die Produzenten relativ wenig Preise festschreiben, dass sie also wenig Futures verkaufen. Gleichzeitig, dass die abnehmende Industrie relativ viel kauft. Weder das eine noch das andere können wir hier sehen. Wir sehen, dass das Lager der Commercials, das sind eben Produzenten und abnehmende Industrie, also zum Beispiel Shell und American Airlines, dass die netto sogar noch Futures verkauft haben. Das heißt also, auf diesem Niveau werden sogar noch Preise festgeschrieben. Und das ist eher untypisch. Und wenn so eine Konstellation auftritt, wir sehen es hier unten im neuen Report, da sind die Swap-Dealer, die auch weiterverkauft haben. Das sind auch viele Hedges, die von Unternehmen gemacht werden, beziehungsweise die die Unternehmen machen lassen, über die, über Banken, über Investmenthäuser, sind aber natürlich auch dann Absicherungen von derivativen Geschäften. Aber auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, sieht man, hier wird eher sogar noch bei den niedrigen Preisen, werden eher sogar noch in Anführungszeichen Absicherungen getätigt. Es werden netto Futures eher verkauft aus dem Lager der Commercials. Von daher befürchte ich und gehe davon aus, dass wir hier noch den Boden nicht gesehen haben, sondern dass das möglicherweise noch in Richtung 14, 15 Dollar gehen kann beim Rohöl. Und ja, da bin ich gespannt, was der Stefan charttechnisch zu diesem Markt sagt. Jawohl. Und auch beim Ölpreis beginne ich zunächst mit einer langfristigen Betrachtung. Ich habe hier mangels Kurshistorie zunächst mal den Ölpreis der Sorte Brennt eingeblendet. Da habe ich in dem Programm hier einfach eine längere Kurshistorie. Und da sieht man eben, wir sind jetzt an dem Zwischentief angelangt, was wir Ende der 90er hatten, beziehungsweise wo wir Mitte der 90er schon mal mit gekämpft hatten. Und vom Bewertungsniveau her, das ist auch eben wieder ein Monatschart. Und entsprechend sind die Indikatoren oder ist der Indikator dann auch auf monatlicher Basis berechnet. Da sind wir gerade mal im neutralen Bereich. Da hätten wir also durchaus noch Potenzial nach unten, beziehungsweise ja, es ist eben ein neutraler Bereich. Das heißt, es muss nicht zwingend nach unten gehen, könnte theoretisch auch nach oben gehen. Also da ist das, ja, da ist jetzt nicht wirklich ein markantes Signal rauszulesen. Und von der fundamentalen Seite, René hat es schon erwähnt, Saudi-Arabien produziert auf Teufel komm raus. Und da ist sicherlich auch ein Hintergedanke. Also bei dem letzten OPEC-Treffen war es ja so, dass Russland sich dagegen gewehrt hat, die Förderquoten bis zum Jahreswechsel einzuschränken. Russland wollte das eben nur für das zweite Quartal machen. Und so ist man dann eben auseinandergegangen ohne Einigung und damit auch ohne Förderbegrenzung. Und Saudi-Arabien versucht jetzt auch mit der hohen Förderung und mit dem extrem niedrigen Ölpreis Russland zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und sollte das wirklich geschehen und sollte da wirklich dann auch eine Einigung in Bezug auf eine Begrenzung der Fördermengen dann verhandelt werden. Und dann kann man eben vorstellen, dass es da so eine Art Short-Squeeze geben kann. Das ist die Gefahr da dran, wenn man sich momentan auf der Short-Seite positioniert. Und dann geht es eben entsprechend in eine steile Erholung über. Das nur zum Hintergrund, wenn sich da eben abzeichnet, dass da die OPEC-Plus-Staaten inklusive Russland eben dann wieder treffen. Und dann sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, denn dann kann eben durchaus so ein Signal erfolgen. Und dann geht es eben entsprechend nach oben. Jetzt gehen wir zum WTI selbst. Da habe ich jetzt die Historie nicht ganz so weit. Es ist jetzt auch eine Wochenchart. Und da sehen wir eben, dass wir bei rund 20 US-Dollar in einem relativ überverkauften Bereich angelangt sind. Das kann ich mir vorstellen, dass da zumindest eine Stabilisierung stattfindet in dem Bereich. Muss man eben schauen, wie es da weitergeht nach unten hin. Ja, also wir sind schon extrem stark gefallen. Und wie gesagt, wenn es da Anzeichen geben sollte, in Bezug auf ein OPEC-Plus-Treffen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es da eine entsprechende Gegenreaktion gibt. Das heißt allerdings nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Form eine Positionierung vornehmen würde. Sondern ich würde mir das einfach nur mal auf die Beobachtungsliste setzen und einfach mal zuschauen. Und auf der Tagesbasis haben wir es eben schon so, da sind wir weit im negativen Bereich, kurz vor einem Kaufsignal. Was eben darauf hindeutet, dass wir zumindest eine technische Gegenreaktion nach oben sehen könnten. Das ist allerdings dann noch keine Trendwende. Und auch hier ist es eben so, aufgrund der hohen Schwankungsbreite oder der hohen Dynamik, was wir da momentan drin haben, kann der Kurs durchaus noch etwas runterkommen, bevor es nach oben weitergeht. Deswegen ist es da von sich aus schon schwierig, sich zu positionieren. Und auch da eben der Hinweis, lieber mal zuschauen und eben nichts machen und dann auf bessere Gelegenheiten warten. Und auch da haben wir jetzt den Ölpreis der Sorte WTI nochmal auf der Stundenbasis. Da sieht man, wir hatten die Region um 20 US-Dollar hier im März schon mal getestet. Da sind wir momentan dran. Kann man vorstellen, dass wir hier tatsächlich nochmal nach unten wegtauchen. Dann muss man eben schauen, wie viel Dynamik ist da noch drin. Ist es dann ein Fehlsignal? Geht es dann nach oben oder geht es eben in eine weitere Abwärtswelle nach unten? Das bedeutet zusammenfassend, wie schon erwähnt, ich würde da momentan gar nichts machen. Ich würde einfach mal die nächsten Tage abwarten, was ergibt sich für ein Signal. Gehen wir da vielleicht dann über die Region um 21, dann könnte ich kurzfristig vielleicht eine Long-Position aufbauen mit einer Absicherung. So bei 19,50 etwa gehen wir unter die 20 Runde. Dann muss ich eben zeigen, haben wir viel Dynamik drin oder ist es eher sowas, wo da versucht wird, ein technisches Fehlsignal auszulösen. Das sind so die Dinge, wo ich eben die nächsten Tage da beim Ölpreis darauf achten würde. Gut, soweit von meiner Seite zum Ölpreis, Ingmar. Ja, dann würde ich sagen, René, wir haben noch sieben Minuten, kommen wir noch mal zum britischen Pfund gegenüber US-Dollar. Da geht es hier auch ziemlich heiß her, ziemlich große Sprünge und dann wollen wir doch da auch noch mal schauen, ob dort vielleicht ein interessanter Einstieg für die Long- oder aber auch für die Short-Seite besteht. Genau, das kriegen wir sogar schnell hin. Hier wäre es saisonal, haben wir hier, ist der April der stärkste Monat, mit Abstand stärkste Monat für das Pfund. Das legt dort im Schnitt ungefähr 4% zu. Hat damit zu tun, dass am 6. April, also in diesem Jahr am 6. April, in der ersten Aprilwoche immer das Steuerjahr in Großbritannien endet und das neue Steuerjahr beginnt. Und wir haben sehr viele Dividendenzahlungen, aber auch hier wieder, wir haben ja eine völlige Anomalie derzeit in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Von daher muss man auch dort natürlich realistisch sein. Die saisonale Stärke, die ist zwar typisch, aber die ist auch nicht in jedem Jahr da. In den letzten zwei Jahren war die auch jetzt nicht so ausgeprägt und in diesem Jahr muss man auch damit rechnen, dass es nicht normal läuft. Aber man kann es im Hinterkopf behalten. Das, was im Moment für mich interessant ist, ultra kurzfristig. Wir hatten letzte Woche eine richtig wuchtige Aufwärtswoche und nach diesen großen Wochenkerzen, wie wir sie jetzt letzte Woche hatten, gibt es typischerweise Konterbewegungen. Nicht immer. Hier bei dieser einen gab es die Konterbewegungen nicht sofort, aber die setzen, spätestens in der übernächsten Woche, setzen die ein. Und deshalb ultra kurzfristig bin ich jetzt hier eher auf der Short-Seite für das Pfund. Und wenn man aber mit einem Blick auf Sicht von drei, vier Monaten das Ganze betrachtet, dann orientiere ich mich hier am Forecast. Der Forecast zeigt hier unten, dass es auch zinsbasiert, basiert auf den Zinsen in Großbritannien. Und da sieht man, dass die Kurve nach oben zeigt. Das heißt also, während ich kurzfristig jetzt auf eine Korrektur setze im britischen Pfund, die auch so ein bisschen angelaufen ist, ist mittelfristig mein Plan, bei Schwäche Long zu gehen. Heißt also kurzfristig Short, mittelfristig Long. Das zeigen die Vorfilter an. Und damit nochmal zum Stefan zurück. Jawohl, und ich versuche da auch nochmal ganz kurz auf den Langfrist-Chart einzugehen. Da sieht man einfach mehr Details. So, jetzt mal gucken. Genau, das ist jetzt der Chart auf monatlicher Basis. Da sieht man, dass wir im Prinzip schon seit Jahren uns in einer Abwärtsbewegung befinden. Jetzt zum Schluss kam dann noch ein bisschen Druck auf den Kessel. Da haben wir dann auch die 1,20 Runderschritten. Und es gab jetzt, wenn man das erkennen kann, da so eine kleine Gegenbewegung bis rund 1,20, 1,24 so um den Dreh rum. Wir sind allerdings nach wie vor in dieser abwärtsgerichteten Tendenz, in diesem Trendkanal drin. Und da stimme ich René eben zu, wenn er sagt, kurzfristig nochmal auf der Short-Seite. Ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal das letzte Zwischentief unterschreiten und in Richtung 1,10 laufen werden. Mittelfristig kann es dann eben dann durchaus sein, dass wir da weiter nach oben gehen. Auch hier hätten wir eine positive Divergenz momentan drin, fallende Hochpunkte im Chart in Verbindung mit steigenden Tiefpunkten im MACD auf monatlicher Basis. Und das lässt eben darauf schließen, wenn wir da noch ein bisschen zurückkommen, wird sich eben ein interessantes Einstiegsniveau dann für eine mittelfristige Long-Position ergeben. Und wenn ich da jetzt dann nochmal in die ganz, ganz kurzfristige Zeitebene reinschaue, da haben wir jetzt den Stundenchart. Und da ist es eben so, wir hatten hier die steigenden Hochpunkte jetzt zuletzt drin in Verbindung mit den gleichbleibenden Hochpunkten im MACD auf Stundenebene. Das ist eine negative Divergenz und das deutet eben darauf hin, dass wir hier durchaus nochmal zurückkommen können. Auch das deckt sich eben mit den Vorfiltern, die René bereits erwähnt hat. Und da ist es eben interessant, wo sich dann die nächste Unterstützung zeigt, wo die mögliche Korrektur, die jetzt dann folgt, eben an Dynamik verliert. Ob diese Unterstützungszone bei rund 1,15 hält oder ob wir da nochmal leicht nach unten ausbrechen. Und auch da ist es dann eben wieder interessant, was ich bei den Aktienindizes schon erklärt habe. Es ist oftmals so, dass eben nach heftigen Einbrüchen das letzte Zwischentief leicht unterschritten wird. Und damit geht dann die Masse der Anleger davon aus, dass der Trend weiter nach unten geht. Und in der Regel ist es eben ein Fehlsignal und dann geht es nach oben. Da gibt es auch wirklich eine Trading-Strategie dazu. Es gibt eine Ausbruchstrategie. Das ist sozusagen die Turtle-Trader-Strategie, die mit Eddie Murphy bei den Glücksrittern mal verfilmt worden ist. Die hat auch über lange Jahre sehr gut funktioniert. Und dann gab es eben Trader, die festgestellt haben, das funktioniert nicht. Und da gehen genau die Gegenpositionen ein. Die haben dann die Turtle-Soup-Strategie draus gemacht, die Schildkrötensuppen-Strategie. Und die funktioniert nach wie vor sehr gut. Das bedeutet, wenn wir ein neues, markantes Allzeit-Hoch haben, beziehungsweise ein neues, markantes Hoch oder ein Tief haben. Das lässt sich klar und eindeutig definieren. Und dann nimmt man eben eine Gegenposition ein, wenn eben ein bestimmter Punkt über- oder unterschritten wird. Wie gesagt, wen es interessiert, der kann ja da mal danach googeln, nach dieser Turtle-Soup-Strategie. Ist durchaus interessant. Funktioniert meiner Meinung nach immer noch. Und wie gesagt, bei den Langfrist-Charts mit den großen Korrekturen habe ich ja vorhin schon gezeigt, dass es immer wieder vorkommt dabei. Gut, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus soweit. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir mehr oder weniger eine Punktlandung damit. Es sei denn, wir haben noch Fragen. Ja, also Fragen kamen viele rein, haben wir jetzt die meisten eigentlich direkt beantwortet im Chat. Ansonsten, wenn da was offen sein sollte, bitte einfach eine E-Mail schicken oder im nächsten Webinar. Wir können natürlich nicht jetzt auf jeden Einzelwert eingehen, der gefragt wurde. Aber vielleicht noch der kurze Hinweis. Aktuell, wenn man sich verschiedene Produkte anschaut, dann sind aufgrund der hohen Volatilität natürlich Optionsscheine relativ teuer. Da muss man aufpassen, weil da auch immer wieder die Frage kam. Ganz interessant kann es natürlich momentan sein, mal Richtung Anlagezertifikate zu gucken, also Discount-Zertifikate oder Bonus-Zertifikate. Oder aber auch im Hebelprodukte-Bereich bei den Discount-Optionsscheinen. Denn sollte die Wohler abnehmen, gerade jetzt zum Beispiel auf dem DAX, René hat es eben aufgezeigt, dass sein Vol-Vol-Indikator oben angeschlagen hat und jetzt vielleicht die Volatilität wieder ein bisschen zurückkommt, dann könnte es natürlich durchaus interessant sein, auch sich solche Produkte mal anzuschauen, also Discount-Optionsscheine, die dann davon profitieren würden, wenn die Wohler wieder zurückkommt. Und natürlich, wenn sich jetzt die anderen Faktoren dann nicht ändern, würde man davon profitieren, wenn sich nur alleine die Wohler ändern würde und wieder zurückkommt. Aber da kann ja jeder einfach mal reinschauen. Ich habe selber gerade mal so parallel ein bisschen geschaut, wenn man sich anguckt, da gibt es Produkte, die mit einem Basispreis, einem Discount-Call bei 7000, 7500er Cap. Mit Laufzeit August 2020 kann man immerhin eine PA-Rendite von 36% aktuell erzielen, was ja sehr ordentlich ist, wenn man überlegt, dass man dort einen deutlichen Puffer hat. 7000, 7500 ist ja noch ein bisschen weg, aber macht natürlich nur Sinn, wenn man davon ausgeht, der Markt läuft jetzt eher seitwärts oder ein bisschen aufwärts und die Wohler kommt zurück, dann könnte das durchaus interessant sein. Das soll es dann auch soweit gewesen sein. Falko, damit würden wir nochmal an dich übergeben und von uns auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Ihre rege Teilnahme. Es war wirklich wahnsinnig, wie viele Teilnehmer heute hier im Webinar dabei waren. Die ganzen Fragen auch, so viel hatten wir, glaube ich, noch nie in der ganzen Zeit, wo wir jetzt auch mit in der Webinarreihe dabei sind. Es ist ja auch schon einige Jahre, von daher vielen Dank und dann wünschen wir Ihnen natürlich noch einen schönen Abend, weiterhin gute Trades und damit nochmal an dich, Falko, und natürlich, das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Ja, dann zunächst vielen Dank, ihr drei, für eure umfassenden und den realistischen Blick auf die aktuelle Marktlage. Ich schaue auch nochmal kurz, ob es noch irgendwelche Fragen übrig geblieben sind. Das mit den Volatilitäten kann ich auch nochmal unterstreichen. Also, wir hatten die eine oder andere Frage von Privatanlegern, Privatanlegern, dann hatte jemand einen Optionsschein gekauft, dann ging der DAX, also sagen wir mal, Optionsschein gekauft bei DAX, sagen wir mal, 8200 Punkte, dann ging der DAX auf 8900 Punkte hoch und das Produkt stagniert oder fiel sogar zurück. Und dann wurde gefragt, wie kann das denn sein? Ja, da muss man natürlich immer auch auf die Volatilität achten. Die ist eigentlich über den VDAX New relativ gut, auch auf vielen Finanzportalen zu finden. Das ist also ein Index, der zeigt, wie wird oder wie sehen die Marktteilnehmer die erwartete Schwankung des DAX in den nächsten 30 Tagen auf analysierter Basis. Und da waren wir zuletzt mit Volatilitätsdaten von 80 Prozent auf Werte, die teilweise sogar über der Finanzmarktkrise landen. Das heißt also im Endeffekt 80 Prozent heißt, die Marktteilnehmer erwarten, dass der DAX in den nächsten 30 Tagen dann bei plus minus 40 Prozent schwanken wird. Also extreme Unruhe und extreme Unsicherheit. Man sagt ja auch Angstbarometer und Optionsscheine. Und die Optionen beinhalten eigentlich nichts anderes als eine Versicherungsprämie, so könnte man sagen. Und diese Prämie ist dann natürlich extrem teuer. Also da macht es dann durchaus Sinn, eher auf Turbo-Zertifikate zu sitzen, die eben von dieser Volatilität nicht so, nicht so muss man sagen, sie sind auch nicht komplett unabhängig, aber sie sind nicht so stark davon betroffen. Oder eben nutzen sie diese Volatilität, also verkaufen sie sie indirekt, indem sie beispielsweise, wie Ingmar schon gesagt hat, sich einmal Discount-Zertifikate oder Bonus-Zertifikate anschauen. Da war auch das Thema Öl. Das ist nämlich auch so ein Thema, wenn man in Öl direkt investiert. Achtung, auch dort, die Ölpreise sind aktuell massiv im Contango. Das heißt also, der nächste Future in den Goldfeld ist deutlich teurer. Und so haben wir aktuell auf ein Jahr ungefähr Rollverluste von fast 15 bis 20 Prozent. Also da vielleicht gegebenenfalls lieber mal auf die Aktien zu schauen. Was ist mit Royal Dutch Shell? Was ist mit der Total? Da gibt es aktuell Bonus-Zertifikate. Die haben immer noch 30 Prozent Puffer und trotzdem Renditen im hohen zweistelligen Bereich. Ansonsten glaube ich, wir haben die meisten Fragen beantwortet. Das freut mich. Ich glaube, da sehe ich jetzt keine, die noch offen sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch gleich auf das nächste Thema. Und zwar danke ich zunächst an dieser Stelle unserer Traininggruppe 2.0 für eure ausführlichen und realistischen Blick auf die Märkte. Ich glaube, da wird eine ganze Menge an Daten und Fakten heute geliefert für unsere Teilnehmer. Zum Abschluss möchte ich Sie dann noch auf unser nächstes Webinar hinweisen. Das wird dann am 6.4. sein. Also nächste Woche, Montag, wenn Sie mögen. Dann haben wir wieder Franz Georg Wenner zu Gast, der uns seine technische Sicht der Dinge auf die Märkte im Big Picture aufzeigen wird. Und auch hierzu laden wir Sie natürlich wieder ganz herzlich ein, dabei zu sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und Ihre zahlreiche Teilnahme. Ich glaube, wir haben wirklich heute mal wieder einen Rekord geknackt. Das freut mich sehr, dass Sie dabei sind, noch dabei geblieben sind, auch als es ein bisschen später jetzt wurde. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Überblick zur aktuellen Marktlage geben und Ihnen allen auch ein paar interessante, vor allem praxisrelevante Ideen für Ihre Tradingwoche aufzeigen. Ja, wie immer wünsche ich Ihnen an dieser Stelle jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Natürlich wieder eine erfolgreiche Handelswoche und auch von meiner Seite das Wichtigste. Bleiben Sie gesund und vielleicht bleiben Sie zu Hause. Hoffentlich haben wir es in ein paar Wochen alle überstanden. Hoffentlich dann bis zum nächsten Woche. Nächstes Mal wieder sind wir für Sie dabei und alles Gute Ihnen. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017